Wir haben jetzt hier ein ganzes Stück freigeschaufelt, wir haben uns jetzt erstmal da, was ist da auf unserem Dach, was verdient, so hier, haben wir uns zum Beispiel was verdient, das Haus weiterzubauen. Ein Grüssli Bär, ich mag dich nicht, ich schwöre und scheiße, das ist Peaceful Anger, Peaceful. So, also ich weiß jetzt auch noch nicht, wie man das hier macht, hier diesen Strand würde ich gerne lassen, deswegen würde ich sagen, wenn wir dann weiter terraformen, was wir jetzt erstmal nicht machen, dass wir dann weiter nach hinten terraformen, so nach hier her, erstmal reicht das, es sieht natürlich sehr unnatürlich aus, Was machen wir dagegen, ich weiß es nicht mehr. Meine eigentlich sind noch weiter terraformen, deswegen weiß ich noch nicht, was wir dagegen machen, wir können mal setzen, na gut, das sieht natürlich aus, aber wenn hier irgendwelche Löcher mitten im Berg sind, das sieht ja auch natürlich aus, so. Na ja, müssen wir dann ein bisschen auffüllen, wir haben hier schon ganz schön Platz gewonnen. Ich würde sagen, das reicht für unser Haus, aber, oh nein, ein Marienkäfer an meinem Desktop, alter, jetzt ist er weggefallen, scheiße, nein, komm mal, komm her, komm her, komm her, hey, ich will dir doch mal helfen, geh von dem scheiß Weg, alter, der ist gerade voll über meinen Desktop gekrabbelt, man, 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 ich weiß noch nicht ganz, wie wir es machen, Ja, der Seatje wird eng auf einigen Fall, vielleicht machen wir es bis hierher nur, und dann machen wir dort hinten noch was kleines ist, ich bin sehr am überlegen, wie man das macht. Ihr meint es. So, jetzt erstmal aber vielleicht ein bisschen Holz sammeln, ich weiß nicht, wie das machen wir mal, Holz, 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 holen wir mal eine Axt, 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 holen wir mal eine Axt. Blup. Nein, halt schon hier. Hallo, ich brauche eine Kiste, deswegen, blup, blup, blup. Komm, ruhig mal aus Eisenbahn machen. Blup, 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 blup. Ja, wegen dem Einling, egal. So, und jetzt, jetzt tauschen wir das gegen das da. Ich weiß noch gar nicht, was wir in der ganzen Erde wollen, aber E-Mails machen, das. Bleib mal lieber hier und... Schau das mal an, wie scheiße dunkel es jetzt. Und ich hab keine Fackel mit. Wie dunkel das da unten sind. Ich hab das auch die höchsten Einstellungen, ne? Schon... ...gestellt. Also, mehr kann auch ich nicht machen. Wieder dunkel, leider. Ja, gut, das wird wirklich... ... ziemlich dunkel. So, schlafen wir mal. So, jetzt guck ich noch mal in die Höhle rein, ob es jetzt hier heller ist. Ne, da hat es... Na, da hat auch ein bisschen heller ist es geworden. Viel heller nicht. Da ist... Da ist ein Krokodil. Das... Hä? Hä? Alter, jetzt bohrt einfach zu viel. Wenn wir ja auf Peace vorgehen, das geht nicht. Ich mein, jetzt haben wir eine riesige Chance, die Krokodil bei uns nicht angreifen. Doof wie sie sind. Nein, wir sind nicht doof, wir sind schlau. So, warum haben wir hier nicht geteraformt, sondern den Ara? Man hätte ja auch sicher gut hier was hinbauen können. Wie gesagt, ich brauche jetzt... Holz... Ach, ich weiß auch, was ist leer. Dreimal auf das Holz geklappt. So... Nein! Ich war scheiße, ja, das war wieder mal... Mein Fehler, Adrian hätte mich gleich getötet. Ich hacke es mit einer Axt, ja, genauso wie nicht. Ich hacke Kies wirklich mit einer Axt. Nicht anders. So... Ich würde sagen, wir brauchen erstmal ganz schön viel Holz. Wir werden hier erstmal ganz schön abholzen müssen. Aber wir müssen halt auch wieder Bäume irgendwie pflanzen, das ist ja das Problem. Und ja, mit den Bäumen pflanzen, ja, das... Weiß ich noch nicht mehr erstmal. Alter, wie dunkel das da unten ist. Achso, nein, der Map-Generator hat das nur noch nicht geladen da unten. Ich dachte, es ist schon da, weil das ist ja ganz dunkel da unten, also das geht gar nicht, also das geht gar nicht. Okay. Ein Loch im Baum. Obwohl, wir verwirren uns nicht, hier sieht es nämlich ziemlich gleich überall aus. Ich hätte ja auch lieber irgendwie einen großen Wald gehackt, aber... Das Schicksal hat es halt nicht so gewollt. Guck mal, der Baum, Alter, der ist doch geil. Das ist, wie gesagt, der hier Sumpfgebiet. Richtig geil gewachsen, der Baum. Blup. Blup. Schon krass, wenn der Map-Generator nicht schmeckt. Wie komm, da denkst du, das ist Meilen-TV. Ist hier alles eine riesenvernetzte... Vernetzte Höhle, ja. Wir waren ja schon mal drinnen, eben weiß ich nicht. Part was. Blup. So, warte. Halt, stopp. Erstmal an. Ich weiß gar nicht, ob wir die Schleim-Welle haben. Ich glaub, die haben wir uns auch noch. Ja, die... nein, ich will die Schleim-Welle nicht, ich will sie nicht, ich will sie nicht haben. Alter, geh weg. Nein, ich will sie nicht. Nein. So, das ist jetzt ganz komisch, wie noch mal. Aha. Mhm, mhm. Aber er war wieder ganz schlau. Aber jetzt... Ja, wir haben jetzt einen. Jawoll. Eisen, Eisen, Eisen. Alter, ich will hier wieder hoch. Ich muss das grad mit der Spitzer gemacht. Ach nö, das war ja fast klar. Das ist schon wieder dunkel, sag mal. Überall ist Wasser. Das ist doch scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg da. Geh hoch. Boah. Boah. Boah, boah, boah. Guck mal, wie viel wir haben. 50. 50. Ja, wie viel kriegt man da raus auf 50? 64 mal 4. Also, ja, wir brauchen... 64 wäre schon gut. Alter, hier standen grad überall Bäume. Scheiße, verdammt die schönbäume. Ah, ich bin schon wieder Wasser. Gibt's gar nicht. Können wir hier auch noch alle aufnehmen? Ja, wir können doch. Da hier stand grad alles voller Bäume. Oh, wie geil das aussah. Aber hier ist auch ganz schön viele die Setzlinge rausgekommen. Wie gesagt, da muss man gleich mal was machen. Da haben wir übrigens einen Apfel. Ich glaube gar nicht mehr. Nee, kann man jetzt gar nicht mehr aufnehmen. 64 haben wir jetzt. Scheiß auf die 3 hier. Nee, scheiß da nicht drauf. Scheiß lieber auf 13er. So. Jetzt brauchen wir Setzlinge. Gegen, gegen, gegen. Nee, sieben Sand. Nee, brauchen wir. Sieben Sand. Na gut, hier haben wir eigentlich Sandregion. Aber ich weiß nicht. Da haben wir einen Skin. Ah, der geht voll ab. Scheiße, was kann man weg tun? Also tun wir halt das weg. Setzlinge sind grad wichtiger. So, also ich hab vorhin mit GTA angefangen, ne. Das verteile ich jetzt irgendwie über dieses Ding. GTA angefangen vorhin. So, dann kommt Assassin's Creed 4. Oh, sieht man schon mal eine Setzlinge? Das wäre gar nicht so schlecht. Jetzt ist die Tintensack, hätte man wegkommen können. Der hat mir nicht so wichtig. Klip. 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 Oh, jetzt sind noch mehr Setzlinge. Alter, wie viele Setzlinge kamen da raus. Hallo du Schlange. Sieht voll komisch aus. So, die Schlange. Ich weiß gar nicht. Kann man auch welche wieder an dem Moor setzen? Da ist eine Schnecke. Hallo. Hallo. Hey. Oh, jetzt war's weg. Da ist Eisen. Da ist Eisen. Nehme ich jetzt erstmal nicht mit. So, lieber da vorne noch ein paar Setzlinge setzen. Gleich wieder. Klip. Klip. Ach, wie schön das wieder wird. Wie sag's ja. Oh, gegen den Pilzern. Oh, gegen den Pilzern. Ding, kling, kling. Ich würde eine richtige Baumform wieder. Oh, noch einer. Dann noch einer. Und das war's. Genau, ja. Oh, ich hab mich mit Haulat frei. Wer will's nehmen? Nicht, das reicht. Ich mal doch, das reicht. Glück, und dann werden wir hier. Wie, ja. Na Luft da. Oh, und, und. Oh, ganz gegrunt. Hühnchen. Hühnchen. Alter, wiii. So, und so wie diese Ferse. Ist das ein Pegasus? Ist das ein Pegasus? Ist das ein Pegasus? Ist das ein Pegasus? Nein, das ist kein Pegasus. Scheiße, warum ist das kein Pegasus? Gefällt mir nicht. Alter, die ganze sind nicht alle hier. Ist das ein Pegasus? Das ist kein Pegasus. Oh nein, nein, das ist kein Pegasus. Komm, könnt ihr euch töten. Den wir eigentlich. Den Arsch. Grafen wir aber noch hier ein paar. Scheiße, da geht ja gar nicht alles rein. Nehmen wir das auch mal wieder auf. Und jetzt haben wir das große Glück, um die Kiste grafen zu können. Ding, 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 ding. So, und jetzt? Ding, ding, ding. Boah! Wir haben den Dreck rein, den wir mit haben. Na, wir haben erstmal eine Aufnahme-Pause. Mal sehen uns. Nein, erstmal. Dann vergesse ich das noch. Kraft, den ich mir. Wie gesagt, diese. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So. 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 Und acht. Und die werden wir sicher alle verbauen. Nicht. Dann kann ich da vorne rein. Eisen. Oh, hier ist noch Eisen drin. Kann ich halt brennen noch. Und ja. Dann verabschließe ich mich, dass Eisen noch brennen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Hoffentlich bald wieder. Wohl. Warte. Warte. Ich nehm das Eisen raus. Warte. 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 Halt. Stopp. Warte. Ich finde die Kolen nicht belastet. Du. So. Okay. Dann.